...hatte ich jetzt meine Mastektomie, das ist die Entfernung der weiblichen Brust. Achso, das heißt, es wird alles weggemacht? Ja, und letzte Woche, am Mittwoch, hatte ich meine Hysterektomie, das ist die Entfernung der weiblichen Organe. Was heißt Gebärmutter und alles? Das ist alles raus. Und im Januar habe ich jetzt meinen großen Aufbau. Was heißt? Ich bekomme einen Penis. Ja? Ja. Darf man sich das aussuchen? Also dumme Frage, aber wie viele Zentimeter und sowas? Die Größe kann man sich nicht aussuchen, es wäre zwar immer...